Ich habe eine Frage. Meine Freunde sagen mir immer wieder, dass ich eine Rechtsschutzversicherung brauche. Aber für was? Lieber Philipp, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Streitigkeiten mit dem Vermieter oder mit dem Arbeitgeber lassen sich nicht immer selber lösen. Ein Anwalt kostet in der Schweiz rund 250 Fr. h. und von Gerichtskosten reden wir noch gar nicht. Vier- bis fünfstellige Summen bei rechtlichen Verfahren ist keine Seltenheit. Mit unserer Rechtsschutzversicherung bist du für wenige hundert Franken sofort abgesichert in der Schweiz und im Ausland. Ohne Wartefrist und ohne Mindeststreitwert. Unsere Fachpersonen von Generali beratet dich gerne persönlich und schauen mit dir an, welche Rechtsgebiete für dich wichtig sind.